hallo freunde herzlich willkommen auf meinem kanal freunde ja heute möchte ich euch kurz mal zeigen bei dem twingo da hatten wir ja das radio komplett neu gemacht angeschlossen installiert und so weiter und zwar haben wir hier noch das problem dass der seitenspiegel links noch kaputt ist schaut mal her und zwar haben wir da auch schon neuen besorgt bzw eingebrauchten vom schrott im originalteil der hat jetzt gekostet was habe ich dafür bezahlt ich glaube drei euro wandert habe ich beim schrott bezahlt und neuer hätte 15 euro gekostet aber der ist soweit noch ganz ganz gut beziehungsweise perfekt und jetzt zeige ich euch einmal wie wir den abbauen der ist das ist ein finger von baujahr 2004 12 und der hat elektrische seitenspiegel ja das ist auch ganz einfach freundlich schaut mal her und zwar habe ich hier im schlitz schraubendreher damit so schaut man hier damit gehen wir hier rein und ja es kann sein dass es jetzt knackt aber ist nicht schlimm weil er sowieso schon kaputt ist und dann können wir den vorsichtig raushebeln und dabei versuchen können wir raushebeln und so einiges haben wir schon ab jetzt kann man mit der hand hier hinter gehen und vorsichtig rausziehen und zwar wird hier noch die anschlüsse weil das so elektrisch ist und die brauchen wir die müssen wir wieder bei dem alten beziehungsweise bei dem neuen gebrauchten anschließen wir sind hier einfach reingehakt ihr müsst ihr zurückschieben ich mache den hier eben mal kurz ab und dann melde ich mich sofort wieder bis gleich so freunde weiter geht einmal ich reiche mal die kamera rüber so hier nochmal so dass man das schön sieht ok kann man mit der kamera näher haben wir ab und jetzt kommen die stecker hier hier dran die werden einfach drauf gesteckt schaut mal her so ihr müsst ihr guckt mal freunde so ihr müsst ihr versetzt einstecken so freunde ein problem kabel ist gerissen das heißt wir müssen das löten damit es funktioniert ich gucke mir das mal kurz an ich melde mich nachher wieder ja jetzt das war jetzt eine formelarbeit das scheiß kabel musste ich jetzt löten jetzt haben wir auch den spiegel rein schaut mal her jetzt sieht es wieder vernünftig aus und ich kann euch mal zeigen wenn alles richtig angeschlossen ist dann könnt ihr auch testen ob alles funktioniert in dem sinne funktioniert leute vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ich konnte euch helfen und ja würde mich über abos wie daumen hoch freuen euer sony bis dann ciao